es wenn es mal an würde pasche gewinne das hier ist wahrscheinlich so dass was wir gleich ziehen werden würde ich sagen rein in die kiste das erste mal das mystery mode kisten öffnen was gibt es denn hier so schönes 405 73 hahaha ich glaube ich muss so kiste öffnen was ein armutszeugnis hier sieben juwelen 50 12 nein du bleibst bei den 12 das ist doch eine reine verarsche hier mich doch flachsen ja wahrscheinlich aber besser als passiven das wäre natürlich trotzdem schöner gewesen das blick da ist wieder das schöne legendäre drinnen zwei nein das ist mobbing das ist mobbing zwei juwelen friend danke für dein follow teddy was geht ja wie du siehst nicht viel hier 76 25 kommt denn für uns hat sich aber dankeschön ins net was weiß gar nicht wie viele ich noch habe auch alle ihr wollt mich doch wirklich verarschen was ich sehr mit vier juwelen trust me sagt einmal vor der kiste silber jason gewinnst das kraft ist ja ich weiß ja nicht so silber jason wenn da jetzt nichts schönes drin ist du hast mich einfach angelogen ich bin enttäuscht kiste öffnen aja ja 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 ist krass.: was will was ich bekomme die ganze zeit diese 6 3 juwelen der wollte mich doch verarschen was will ich denn mit dem kack damit kann ich überhaupt nichts machen da gönn 15 ist gar nicht wie viele habe ich noch kisten das letzte kiste ja ja das ist ein armut zeugnis hier das ist wirklich ein armut zeugnis ja